Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3364 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee, Tee oder Wasser? Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee, Tee oder Wasser? Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee, Tee oder Wasser? Ich esse jeden Mittag in diesem Restaurant. und sitze immer am selben Tisch. Ich esse jeden Mittag in diesem Restaurant und sitze immer am selben Tisch. Ich esse jeden Mittag in diesem Restaurant und sitze immer am selben Tisch. In unserem Unternehmen bin ich für die Buchhaltung und die Kommunikation mit dem Finanzamt zuständig. In unserem Unternehmen bin ich für die Buchhaltung und die Kommunikation mit dem Finanzamt zuständig. Ich will nicht immer mit dir streiten. Zum Waschen verwenden wir gewöhnliche Seife ohne Duftstoffe. Zum Waschen verwenden wir gewöhnliche Seife ohne Duftstoffe. Zum Waschen verwenden wir gewöhnliche Seife ohne Duftstoffe. Ein guter Tag beginnt bei mir immer mit einer guten Tasse Kaffee. Ein guter Tag beginnt bei mir immer mit einer guten Tasse Kaffee. Ein guter Tag beginnt bei mir immer mit einer guten Tasse Kaffee. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Das schmeckt gut und diesmal gebe ich dir nichts davon ab. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Was ist mit deiner Schulter? Tut sie immer noch weh? Brauchst du ein Schmerzmittel? Was ist mit deiner Schulter? Tut sie immer noch weh? Brauchst du ein Schmerzmittel? Wir brauchen nur einen einzigen Regenschirm. Er ist groß genug für uns beide. Lars ist müde. Er hat die ganze Nacht an der Lösung eines Problems gearbeitet. Lars ist müde. Er hat die ganze Nacht an der Lösung eines Problems gearbeitet. Evelin ist froh, dass ihr Mann ihr im Haushalt hilft. Evelin ist froh, dass ihr Mann ihr im Haushalt hilft. Beide arbeiten Vollzeit. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Die Sonnenliege steht verlassen am Strand. Willst du dich hineinsetzen? Wir haben es geschafft. In dieser Runde waren wir 10 Sekunden schneller als zuvor. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Im Musikunterricht lernen wir auch, Noten zu lesen. Im Musikunterricht lernen wir auch, Noten zu lesen. Ich weiß nicht warum, aber der Druck in dieser Maschine ist gefallen. Ich weiß nicht warum, aber der Druck in dieser Maschine ist gefallen. Durch die Teilnahme an dieser Lotterie kannst du große Summen gewinnen. Durch die Teilnahme an dieser Lotterie kannst du große Summen gewinnen. Durch die Teilnahme an dieser Lotterie kannst du große Summen gewinnen. Diese Pflanze ist ziemlich trocken. Sie braucht mehr Wasser. Diese Pflanze ist ziemlich trocken. Sie braucht mehr Wasser. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020